Die Querdenker wollen den Landtag abberufen. Sie sind der Auffassung, die Abgeordneten würden nicht mehr den Bürgerwillen repräsentieren. Deswegen hat man ein Volksbegehren ins Leben gerufen, was gestern begann. Und jetzt müssen eine Million Stimmen in ganz Bayern gesammelt werden. Das ist eine ganze Menge, weil das mehr als zehn Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Bayern sind. Und für eine Stadt wie Würzburg würde das ungefähr bedeuten, dass mehr als 9000 Menschen ins Rathaus gehen müssten, um sich dort einzutragen. Ich war gestern mal dort, habe mir das mal angeschaut und da war gähnende Leere im Rathaus. Die Mitarbeiter surften im Internet oder spielten mit Großpudel Dame Nelly. Es hatten sich bis zum Nachmittag 39 Personen eingetragen. Es hätten ein paar Hundert sein müssen, wenn man so in etwa auf den Anteil kommen wollte, der für jeden der 14 Tage jetzt zur Verfügung stünde. Mag sein, dass das am Schluss noch mal ein bisschen mehr wird, aber so wie es aussieht, werden wohl nicht zehn Prozent zusammenkommen, sondern vielleicht eher ein Prozent oder fünf Prozent maximal. Und es sieht so aus, als würden eher 90, 95 Prozent, vielleicht 99 Prozent der Menschen sich dafür entscheiden, nicht zu diesem Volksbegehren hinzugehen. Und das wirft eine interessante Frage auf, wie kommt eigentlich die Basis, die dieses Volksbegehren unterstützt, auf die Erwartung, dass sie das Volk repräsentiert. Sie, die Basis und nicht die Parteien im Landtag oder im Bundestag, einschließlich der AfD oder der Freien Wähler, wie sie alle heißen mögen. Aber keine dieser Altparteien, jetzt ist die AfD schon auf einmal eine Altpartei, sei also geeignet, den Bürgerwillen zu repräsentieren. Wir haben kurz vor der Bundestagswahl erlebt, dass die Basis davon ausging, acht Prozent aus dem Stand herauszuholen. Man glaubte das deswegen, weil man erstens die AfD anhand der Mitgliederzahlen schon fast überholt hatte und zweitens, weil es eine Umfrage gab, die in Hamburg in Auftrag gegeben worden war. Da hatte man verschiedene Leute per Telefon befragt. Es war also keine Telegram-Umfrage, wie man vielleicht glauben könnte. Man hatte aber nicht gefragt, wen würden sie wählen. Da kamen immer die eins bis zwei Prozent raus, sondern die Frage war, könnten sie sich vorstellen, ja oder nein, die Partei zu wählen? Und bei dieser Frage kamen dann tatsächlich acht Prozent heraus, die sich gesagt haben, jawohl, die würde ich wählen. Es scheint mir zwar immer noch recht viel, aber das war sozusagen der Anknüpfungspunkt, woraus diese Erwartungshaltung entstand und eben auch die große Enttäuschung nach dem Wahlabend, als es dann weniger waren. Wenn man sich die Partei anschaut und ihr Programm, dann wundert man sich ein wenig, dass sie gar nicht so radikal und querdenkerisch rüberkommen. Also die Querdenkerpositionen, die wir so kennen, wie beispielsweise alles laufen lassen, brasilianisch oder schwedischer Weg, überhaupt keine Maßnahmen ergreifen, die findet man nicht auf dem ersten Blick auf der Seite von die Basis. Dort ist stattdessen die Rede von Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit, Schwarmintelligenz. Man will Lebendtiertransporte verbieten. Alles Sachen, die man durchaus vertreten kann, die aber auch jetzt schon in anderen Parteien vertreten werden, teilweise auch in den Landtag eingebracht werden. Die Strategie von die Partei ist allerdings so, dass die eigentlichen Positionen an anderer Stelle repräsentiert werden, nämlich durch die Spitzenkandidaten und Kandidaten. Zum Beispiel hier haben wir den Kanzlerkandidaten, Kollegen Dr. Rainer Füllmich, der in einem Plan spielt, sagt, was er sofort tun würde, wenn er Bundeskanzler wäre, ein Moratorium einsetzen und Impfungen nicht nur empfehlen, nicht mehr empfehlen und vor allem die Zulassungen sofort auszusetzen. Das heißt, man würde sozusagen nicht nur Geimpfte, Nichtimpfte gleichstellen, was man durchaus ja vertreten kann, sondern man würde sogar verhindern, dass sich weitere Menschen impfen können, selbst wenn sie es wollten. Herr Füllmich spricht an der Stelle zwar von Notzulassungen, die es gar nicht gibt, weil es reguläre Zulassungen sind. Vielleicht sollte es ein Hintertürchen sein. Oder er meint tatsächlich, dass die normalen, regulären, aber im letzten Jahr erst entstandenen Zulassungen Notzulassungen sind. Auf jeden Fall will er die Zulassungen der Impfstoffe verhindern. Und das ist schon eine ziemlich radikale These, denn das bedeutet eben gerade nicht Freiheit und Entscheidungsmöglichkeit, sondern es bedeutet letztendlich, dass sich keiner mehr impfen kann. Vielleicht ist das heute nicht mehr so schlimm, weil die meisten, die es wollten, es schon getan haben. Aber es ist eine Position, die man in dieser Radikalität bei die Basis nicht findet. Was man also sieht, ist, sie gehen davon aus, dass sie in Wirklichkeit den Rückhalt hinter sich haben. Und das ist etwas, was wir immer wieder erleben, dass Menschen in kleinen, aber sehr aktiven Splittergruppen ihren Rückhalt überschätzen. Dass sie also davon ausgehen, sie würden eine große Mehrheit der Menschen repräsentieren, obwohl sie dann in Wirklichkeit, und das sieht man dann an der Wahlurne, nur zum Beispiel 1,4 Prozent repräsentieren, wie es bei der Bundestagswahl war. Und da muss man sagen, die glauben es vermutlich selbst. Die gehen davon aus, dass sie auch diese eine Million, also mehr als 10 Prozent mobilisieren. Zumindest wollen sie einen Achtungserfolg erzielen und damit Aufmerksamkeit erreichen. Da kann man sich dann fragen, sollte man denn überhaupt solche Videos wie dieses hier machen? Soll die Zeitung darüber berichten? Soll man über jedes Stöckchen springen, was sie einen hinhalten? Ja, ich springe jetzt mal drüber, denn ich habe jetzt auch nicht die Reichweite, wo ich jetzt Leute aktivieren würde, die jetzt deswegen womöglich zum Rathaus gehen. Und natürlich kann sich jeder selbst die Meinung bilden, es sollte einem nur bewusst sein, hier wird nicht einfach nur darüber abgestimmt, vorzeitige Neuwahlen zu haben, weil sich vielleicht die Umfrageergebnisse verschoben haben, sondern hier ist ein Volksbegehren auf den Weg gebracht worden von einer Partei, die davon ausgeht, dass nur sie den Bürgerwillen repräsentiert und für mehr als die 1,4 Prozent gut sein sollen, die bei der Bundestagswahl rauskommen. Im Augenblick, jedenfalls in Würzburg, sieht es nicht ganz so sehr danach aus. In diesem Sinne, bleibt gesund!